Alle hopp! Fein, ja fein, nett! Hör, nett! Aus! Der Hammer sollte hier wirklich das sein! Wurscht! Festhalten! Du! Was ist los, du Made? Hab ich dir letztes Mal so den Arsch versollt, dass du nicht mehr laufen kannst? Du kriegst gleich als nächstes! Jawoll, ja! Zwei Häuptlinge! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Och, Karagor! Wo willst du hin? Sag mal! Ach man, jetzt ist er entkommen! Ach du! Das gibt's doch nicht! Wisset ihr was, Jungs? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken jetzt! Ja, was ist aber richtig! Hier geblieben! Ach man! Dieses Scheiß fie ich! Ich zeige dir wahre Stärke! Verpies dich jetzt! So! Ist jetzt ne Ruhe hier! Was willst du jetzt schon wieder? Ja! 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 Und mein Biest steht hinter dir! Darauf habe ich gewartet! Okay! Komm zurück! Neuer Versuch! Ein neuer Fehltritt! Gut! Da machen wir's doch! Ja klar! Hallo! Dein Tod bedeutet noch mehr Ruhm für mich! Ich glaub's nicht hier! Wehe der... Ich jetzt ein Häuptling! Nein! Alter, wie's alle befördert werden? Nee… Ja is gut jetzt! Ich schlacht euch eh alle wieder ab, was das schwirschend ist. Ach, das ist meiner. Rat back! Oder? Ich schlacht Rat back. Rat back! So, einen müssen wir noch killen. Jetzt haben wir erstmal Informationen. Ich will wissen, wer das da ist noch. Würde ich sagen. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts vor dessen Einsatz und... Hä? Was ist das? Eliminiere weitere Häuptlinge, um diesen Auftrag zu bringen. Das dunkle Monument. Okay. Was haben die wieder am steigen? Blutdrachen. Ah, Gollum-Schwertmeister. Da will ich noch kurz gucken. Saurons Armee. Unbekanntes... Wo ist der? Die Kissenelkette. Okay, den kennen wir noch gar nicht. Ehrlich, weil er... Weil nicht er es war, der Teilhunden da ausgemacht hat. Ah. Was? Der hat mich doch getötet. Depp. Okay. Der Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Hat jemand Infos? Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. Hat irgendjemand von euch Infos? Du? Ich stehe in deiner Schuld. Danke. Holt euch diesen Sklaven! Warum hat denn keiner von euch Infos? Du Drecksack. Wo willst du eigentlich hin? Hä? Oh! Ja. Wir brauchen jemanden mit Informationen. Oh! Oh! Wenn ich nicht selbst in die Luft gesprengt wurde. Und der Sprengstoff ging hoch wie ein Caragor auf dem Scheiterhaufen. Hm. Terrorisieren kann einfach alles. Mischen wir uns ein bisschen um das Volk. Oh, der hatte Infos. Mist. So, noch jemand. Oh, der war gut. Ähm... Infos. Da ist einer mit Infos. So, der will abbauen. Du, mein Freund, tauschen er ab. So. Das haben wir jetzt so weit gemacht. Wer schläft? Die Legende. Gott sieht der hässlich aus. Mh... Alleine Schaden durch Fernangekampfe. Alleine Schaden durch Kampftodesstöße. Kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Hast du deinen Rivalen? Gert Wood. Wenn er nenne, von Tats der Fälscher. Verlammende Waffe. Mh, mh. Gut, danke für die Info. Scheiße. Das spürt er morgen. So, da war doch noch jemand mit Infos. Ich hätte gern zu meinen... Halte mich für verrückt. Aber ich habe gehört. Ich habe wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Davon hat einer Infos. Ich weiß noch nicht so sehen. Ah, zwei. Ah, zwei. Ah, zwei. Ah, zwei. Ah, zwei. Jawoll. So, und jetzt hätte ich gern Infos über... Den hier. Genau. Furcht... Vor Verbrennen. Ah. Durch Fernkampf kann durch Fern-Schattenangriffe verwundet werden. Ah. Furcht vor Grauks. Okay. Okay. Gut, jetzt weiß ich auch, wie ich dich kille. So, du noch. Jetzt leidest du! Hm, wen wollen wir denn? Wir haben alle Häuptlinge. Da, guck mal, von der Leibgarde fehlen. Zwei. Wer bist du? Der Eidbrecher. Okay. Thanks. Nicht den Kopf verlieren. Immer der größte Terroristen. Oh, steiligang. Wart mal. Oh, sorry. Hast du auch Informationen? Du weißt doch bestimmt, wer das ist, oder? Ah ja, weißt das. Der Donnerer. So sieht er aus. Ah ja. Okay. Fürs Gespräch. So. Ich würde sagen, dann krallmonitiert es noch ein Häuptling. Nun. Unantastbar. Vordere Zadra die Legende heraus, indem du dir keinen Schaden zufügen lässt. Äh. Wen haben wir noch? Demütige Pasch. Der Tapfere, indem du seine Unterstützer vor Schrecken fliehen lässt. NOSCO Schillbrecher genießt deine Niederlage Nimm mir doch den Kennen wir nix, kennen wir da, den machen wir alle kalt Ich hab jetzt neue Fähigkeiten Seid wachsam für den Fall, dass sich der Waldläufer hier herumtreibt Immerhin haben wir jetzt 2 von 4 Häuptlingen Für mich war das noch unmöglich Hat jemand von euch Infos? Ich will mal was probieren, darf ich... Oh Ja, neuer Haarschnitt So Dann wollen wir mal Okay NOSCO Schillbrecher NOSCO Schillbrecher Elite Häuptling Der kriegt aufs Maul Was ist erschienen? Mit seinen 2 Leibwächtern Okay Jetzt gucken wir erstmal NOSCO So Todesstöße Explosionen Okay Wie sieht's mit deinen Leibwächtern aus? kommen auf die Leibwächtern WDR 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 WDR